moin moin und herzlich willkommen zurück zu der elder scrolls arena wir sind hier immer noch in labyrinthion und ja ich habe gerade irgendwie kein plan wo ich jetzt genau hin muss ich bin am überlegen hier hinzugehen hier haben wir hier schon erkundet das frau von hier der land da kommen wir nicht weiter aber es geht hier noch jede menge weiter wie wir wohl dahin kommen weiß ich nicht habe ich jetzt wegen der spinne erschrocken hatte schrift j versuchen wir mal da suchen wir hier mal weiter zu kommen genau und dann wollte ich hier nach rechts wenn man da irgendwie nach rechts sind wir jetzt nach links hier runter hier kommen wir nicht weiter hier kommen wir nicht weiter ja da muss ich irgendwie leicht runter und das loch fallen ja dann springen wir hier mal runter suchen wir uns da einen weg nach osten auch hier kommt aber doch irgendwie hier gibt es gar nichts hier vielleicht oder ne doch nicht hier ist irgendwo ein troll scheiße ah nein 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 schnell weg äh portion of healing noch mal oh zwei stück warum sind da zwei warte schnell weg schnell von da weg und noch mal heilen ey digga dann gehen wir geradeaus dauert uns ja jetzt paar mal aufs maul aber oh geil der troll hat nichts wer hat nun durch solche sind nichts wert so dann nehmen wir das mal mit wie viel wie wiegen wir jetzt 142 von 180 ok so jetzt sind wir hier hätten auch irgendwie ein weg hier finden können aber jetzt sind wir hier oben im norden ich glaube hier geht es auch nicht oder doch beim theoretisch könnten wir hier weiter aber ja komm wir gehen mal da j j hallo noch mal shift j jetzt ok da können wir nicht shift j j jetzt springt er ok jetzt schafft er da hoch so müssen wir da lang ich würde sagen ja nochmal shift j nochmal er reagiert nicht mehr so gut weiß nicht warum ok so kommen wir dann nicht mehr hoch warum auch immer gibt es vielleicht hier die möglichkeit dahin da werden wir glaube ich wieder wie vorhin so obwohl das ist eine spinne hier ist irgendwo eine spinne zwei stück sogar und hier noch eine so der hat nichts und der hat auch nichts hm ja dann genau da können wir jetzt Richtung Süden so eben nochmal getrunken und shift j ja da kommen wir hoch nein ach ich dachte schon boah diese immer diese stufen hier die machen mir immer ein bisschen angst so dass ich runterfalle oder so oder irgendwo feststecke wieder mal ok hier bringt es aber auch nicht wirklich irgendwo hin weiter hier könnten wir rein theoretisch runter aber wollen wir das weiß es nicht in so einem fall könnten wir wahrscheinlich nicht wieder hoch ok ok dann müssen wir hier jetzt shift j so oh noch einer kommen wir jetzt hin hallo er reagiert gar nicht gerade ich weiß jetzt gerade nicht was mit arena los ist dass der jetzt oft nicht mehr reagiert wenn ich irgendwas drücke geradeaus oder links komm lass mal geradeaus mal schauen wo wir ankommen und was gibt es da ja die sind dort was wir hier hören boah aber auch marina ist gerade richtig übel am ruckeln aber wir haben hier was gefunden ja und aber auch ganz schön bei dem süden jetzt hätten wir rein theoretisch auch noch weiter in den norden gehen können ich habe keine ahnung wo wir jetzt hier im süden sind aber irgendwie weiter nach äh dings hier nach osten glaube ich kommen wir so nicht auch wenn da viel ist ich habe keine ahnung wie oh ja wieder paar guhle scheiß ich stecke fest ja so haben wir die ausgeschaltet er hatte nichts er hat 72 gold immerhin und was hat der beziehungsweise ist das da ja ich will doch nicht den ghoul ich will den schatz ich will nicht den ghoul ich will den schatz das muss ich so rum herum gehen oder was so und ein bracelet okay dann wollen wir mal schauen wo können wir hier am besten noch hin könnten noch mal da oben drauf und wieso aber es funktioniert auch nicht okay ich verstehe immer noch nicht warum der springen will oder manchmal nicht springen will verstehe ich gerade gar nicht aber da haben wir wieder ein zombie auch mehrere mehrere okay haben wir die gilt alle alle beide aber scheiße jetzt stecke ich wieder fest das springen kann ein oft helfen hier wieder raus zu kommen wenn man irgendwo feststeckt ich glaube ich heile mich noch einmal so hm wie viel wiegen wir jetzt oder wie viel haben wir jetzt auf tasche 150 von 80 nice so ich muss mich gerade noch mal wieder kurz stumm schalten weil erkältung husten immer noch nicht so schön wir fallen hier mal runter hier ist dafür aber wieder flüssiger nice so wasser packiert und ah wir haben hier was gefunden hier ist ein schlüssel den werde ich wohl eher nicht aufmachen aber ich this is a magical health lock den kann ich aber nicht aufmachen hier gibt es nichts muss ich den da ausschalten dann würde ich sagen ich speicher einmal ganz kurz hier drauf i am i am the brother canin who holds the secret of life not a more cunning riddler twixt ocean and thief answer me this question or foolish mortal from above or join my eternal task born of duty and love two bodies have i so both joined in one the more still i stone the quicker i run what is thai answer zwei körper habe ich beide vereint in einem one must still i stand the quicker i run what is this what is this ne water can wasser ist äh drei körper so fetten oder aggregatzustände eher gesagt glaub ich dann eher nicht ähm kannin okay i am the brother kannin ähm ja two bodies i have two both joined in one the more still i stand the quicker i run hm hm boah ich komm gerade echt nicht drauf zwei körper habe ich beide in einem sind in einem und so länger ich stehe glaube ich heißt es oder umso ruhiger ich stehe ich bin nicht gut in englisch äh the quicker i run komm wir versuchen uns mal mit water ich habe keine ahnung das richtig ist oder falsch wir haben aber zum glück vorher gespeichert ja okay war die falsche antwort wir haben ja hier gespeichert so okay was könnte es sein ne sanduhr könnte es vielleicht ne sanduhr sein wie heißt sanduhr auf englisch ich google mal wie das auf englisch heißt einen moment mit glouben wörr glas Okay, geil. Lösung gefunden. Kann ich das jetzt mal? Hallo? Hallo? Willst du es haben? Muss ich einmal komplett rein und dann so vielleicht annehmen? Hallo? Ich will den Schlüssel jetzt. Kann ich den Schlüssel jetzt auch mal nehmen? Ah, you have found a Saphir Key. Endlich haben wir den. Den Saphir Schlüssel. Okay, aber wir können hier auch noch mal ein bisschen weiter gucken. Ich hatte kurz Angst. Ich würde sagen auch hier einmal kurz save. Ja, genau. Und dann gehen wir da mal auf. Scheiße. Nochmal. Ja. Da oben. Hm. Hm. So. Hier gibt es noch ein bisschen was zu erkunden. Wir gehen zuerst hier rechts, äh links. Noch ein paar Höllenhunde natürlich. Geil. Und hier oben erreichen die mich nicht. So. Nice. Der Höllenhunde hat nichts. Und der hat auch nichts. Okay. So. Was fehlt uns hier noch? Genau. Hier. Oder komm, wir können auch mal da oben hin. So. Ja. Oben angekommen. Nein. Ähm. Ja. Okay. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Nicht oben rum. Ja. Komm. Nicht hier rum. Okay. Hat nichts gebracht. Oder das? Hat doch ein bisschen was gebracht. Oder doch nichts. Ja. Okay. Aber hier kann es vielleicht was bringen. Ah. Hat es gefunden. Hier ist aber irgendwas. Glaube ich. Ne. Doch nicht. Hm. Amulett. Plate Boots. Nice. Hallo. Reagier mal drauf. So. Boah. Der Husten bringt mir nur um ey. Jetzt wollen wir aber hier nach Süden. Das heißt Schrift J. Dann können wir da hoch springen. Und dann versuchen hier weiter Richtung Süden. Ja. Bleibt uns nichts anderes lieber als hier runter zu gehen. Und hier. Hier ist nichts und niemand. Oh. Wir sind wieder hier. Ja. Supi. Egal. Scheiß drauf. Wie kommen wir am besten wieder dann zurück? Ja. Gehen wir hier. Gehen wir hier. Na. Wir kommen. Komm. Wir gehen mal diesen Weg. Komm. Komm. So. Komm. Komm. So. Und wo sind wir jetzt? Genau. Okay. Und. Shift J. Gehen wir hier rum. Äh. Super. Ah. Hier sind wir jetzt wieder. Okay. Und hier aus. Können wir. Hier gerade aus. Dann kommen wir hier wieder an. Alles klar. Fünf. J. So. Wohin jetzt zur Tür? Weiter geradeaus. Dann rechts. Hier. So, genau. Hier noch drüber. Ja, und da geht's wieder zurück. Nice. The Domain of Kanan. Hier ist wieder eine Spinne irgendwo. Ja, jetzt müssen wir die Tür irgendwie wieder zurückfinden. War ein interessanter Weg. Dann interessiert mich, wohin für der hier. Aber ich will zuerst jetzt den. Ich hab sogar das Gefühl, das muss sogar auch so sein. Wir gehen nicht hier einfach mal querfeld ein. Routen können wir eh nicht alles, weil... So viel Inventarplatz... Ach, du hast die ganze Zeit hinter mir? Kleines Arschloch. Hm. So. 28 Gold. Nice. So, wo müssen wir hin? Ja, okay. War, glaube ich, doch die falsche Richtung, die ich genommen habe. Hier ist irgendwo wieder so eine Spinne. Da. So, Spider hat nichts. Hier geht's auch nicht weiter. Ach, hier geht's. So. The scratch it in the ground here is the ward. Door 2. Warte, das ist schon Tür 2, oder? Ja. Wir gucken uns das mal an, aber wir wollen zuerst die andere Tür. Und hier war doch noch irgendwas, wo du teigst. Das ist die tale of the two brothers, who sought the secret of life. They ventured into this labyrinthian, wary from war and strife. Ja, und dann. The second was, äh, Morgros the Dimm. And few know, äh, what he was were. They saw only the lumbering giant, not the child, who was blessed at birth. Okay. Hm. Äh, warte. Da stand wieder wat. Hä? Ah. This is the tale of the two brothers, who failed the secret of life. Brother held by two riddles, which lead to the prize. Ja, okay. Konnte ich jetzt auch nicht zu Ende lesen. Hm. 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 Wir gucken erst mal hier drum herum. Okay, hier gibt's nichts. Jedenwo ist die Spinne. Ich hör sie doch. Ich glaub, da hinten ist genau so. Margros the Dimm thought he's a bearer, holds the only key that unlocked this door. To find the riddle, you must first find the sun. Start your faithful search behind door number one. Ah, okay. Da kriegen wir's also erstmal nicht auf. Ich muss, glaub ich, erstmal die beiden Brüder finden. Und das sind, glaub ich, die anderen beiden da. Also so, wie ich's eigentlich ursprünglich vorher hatte. So, dann... Ah. Woher kommst du denn? Kleines Arschloch. Ist da noch einer? Ne. Gut. So, das beide hast. Nothing. Ist das... Ja, genau. Dann müssen wir hier runter und dann so hoch. Scratches on the ground here is the word door one. Dann müssen wir hier lang. Und dann müssten wir jetzt gleich hier irgendwo einen Weg da rein finden. Ah. Wo kommst du denn her? Digga. Wie ist hier noch einer? Er hat aber ordentlich jetzt Leben gezogen. Potion of Healing. Nochmal. Machen wir voll. Hat er was? Nichts. So. Da haben wir aber schon mal die Tür. So. The Domain of Margros. Ja, dann würde ich sagen, da gehen wir in der nächsten Folge rein. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao. Nee, sehr gebt. So. Hier gehts mal. Ja, dann würde ich auf, da чтобы eigentlich dann kamenig. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020